Hallo! Hallo ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen! Hier ist euer Jostos König von dem YouTube-Kanal Indiana Jones auf der Suche nach neuen Anwälern. Bekannt als Indiana Jones, der andere, der YouTuber aus Würzburg. Hallo! Oder ihr könnt ihr merken, der Jostos König der Abenddauer? Ja, ihr könnt ihr merken, ihr habt schon, siehst du's. Egal. Jedenfalls, heute ist Montag, das Wetter scheint hier in Würzburg. Die Sonne, dann gibt's den Dunkel. Ich war heute frischig gehabt, bis zur Zuhause, war dann fit worden, hab ein bisschen trainiert und hab dann kurz das Auto gewaschen noch kurz, bei Vaira. Und jetzt stelle ich hier, denn ich hab jetzt ein neues Mikrofon für dein Handy, wo filmt das Ultra, Samsung Galaxy Ultra 23, eh? Also, das hab ich am Mikrofon Internet gefunden. Ein Mikrofon für das Handy. Es gibt ja verschiedene Mikrofon, musst aber genau am Mikrofon suchen, dass es auch Handy funktioniert, wenn ein Handy funktioniert. Das geht eigentlich weißt du über Bluetooth, aber man kann mit diesen Datenkabel von Vaira beim Haus kaufen, wo man eigentlich mit einem anderen Handy, einem anderen Handy so ein Datenkabel rüber sprechen kann, kann ich's damit auch benutzen. Und so haben wir dann, soll einen besseren Sound haben. Mikrofon. Oh, ist jetzt schwer, was zu finden, das Handy. Hm, anders gefunden. Es gibt ja auch anderes Zeug, dann vielleicht schlechte Qualität, aber das ist gut. Und dann, hier steht da King Alex BMW, der Klabenhager BMW, ein Dreier von BMW, 320d X-Drive mit M-Packet, Euronung 5, Diesel, 2 Liter Turbo Diesel, 190 PS, mit über 300.000 Kilometer, mit über 300.000 Kilometer. Ach, da ist der Christoph Fluchtstrauma. Und, ja, Diesel, Baujahr 2010, Limousine, X-Drive, M-Packet, Sport-Packet. Genau. Über 300.000 Kilometer. Und hat einen Sportauspuff von Supersport. Und heute machen wir mal ein, tut mal das Mikrofon testen, Soundcheck. Wir machen Musiksound, Motorsound und Ausdrucksound. Hier. Genau hier. Jo. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und Dankes Anstehen. Let's Play, Spieltio und alles machen wie Freizeit als Hobby. Testen wir das neue Mikrofon auf seine Grenzen. Jo. Let's Play. Da ist das Datenkabel und da ist das Mikro. Das ist das Mikrofon. Also, ich weiße Bluetooth, aber mit dem Datenkabel, mit dem Handy verbunden. Und hier ist das Mikrofon. Das Mikrofon. Das heißt, ich weiße, was so eine Art Schwinsschutz drauf ist. Wir haben was drauf gemacht. Mit, ja, mit was Besseres. Wolle. Und da steht drauf, geht mal, J. K. soll es sein. Und man kann es umhängen. Ich glaube, muss man irgendwie auf Einfall lassen, anfallen. Jetzt lassen wir jetzt mal eine Soundanlage. Hm. Sound. Jetzt machen wir einfach das Handy mal. Wow. Zup. Zack. Und. Sound an. Nummer eins. 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 So komm mal auf, und dann komm mal auf, und dann komm mal auf, und dann komm mal drauf. So, so, n***a, play gong get his head, boss, you know how we coming. Ja, mhm, we're gonna. N***a, play, play. N***a, play, play, gong get his head, boss, you know how we coming. Also, ich hab schon einen Haltz-Solo in Lager. Und du got me fucked up, you ain't takin' any N***a, it's gon' be a murder, play with that money N***a, it's gon' be a murder, turnin' up on me N***a, it's gon' be a murder, burnin' me on me N***a, it's gon' be a murder, thinkin' that I'm stunnin' It's gon' be a murder, gon' be a murder If you think about takin' some from me, talk about your body But I bet you ain't gon' play with me Try me if you wanna, I'll stay with that burner on me I can't let you get no ripper N***a, I'm a spank, I'm a whore suck I don't know who the f*** you must take me for That s*** that you talkin' like fearin' nothin' Fuck how you come, you ain't seein' nothin' Say we beefin' gon' catchin' me, what a mo' N***a tell me pull up and I'm pullin' up Up there, it's pain, we ain't spearin' nothin' Cut him up from the bottom, he ran from me Whole-ass n***a, stay in your lane You n***a be playin' when he playin' games One of them up from the club, turn with that game You could catch us turnin' up for damn So you know he flicksin' with them bands Whole lot of more up in my pants Try to take it out of his brain Try to take it out of his brain They gon' get his head, boys You know how we come DJ Ch- Raze One more ride One more race Mache a motor Machen wir den Motor auf Kämmer sind zoned Ja, ich kann jetzt nicht so Dann kannst du was vor starten Ja, ich kann jetzt nicht so So, das kriegt jetzt glaube ich nicht für den Motor Sound Oh Lass ich es hier reinhalte Kannst du was suchen mal Wir können mal reinhutzen halten Na hier Ja Ja Das macht wirklich ein Licht an Machen wir es richtig aus Sound Wie immer Denk zumacht Ist der Fanatiker So Anhat Autos Wenn man auf und zu macht Gibt es da Fanatiker Ja So Jetzt einmal ein Auspuff Soundcheck Und ein Spotauspuff Und da ist das Soundmodul Soundmodul Das kann man dann beim Tune-Treffen benutzen Tune-Treffen Wenn die anderen die Autos Bei den Tune-Treffen Wenn der Weg jetzt zeichnet Ihre Musik Sound oder Auspuff Sound Dann haben wir besseres Mikro diesmal Okay Starten wir den Motor Oh 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 Dramatiker Und Dramatiker Dramatiker Untertitelung des ZDF, 2020 das war der aufbruch sound mit mikro gut jetzt kommt ich wieder ein spiel und ich bin spiel jetzt haben wir den motor wir haben müssen lang für kappt musikanlage motor sound motor zu machen motor tür aufmachen zu machen ist ja auch so was die größte wie die tür auf und zu geht er hat so eine hörkulisse was auf auto wo dünn für dinge ist das hat man an wenn ich ein guter und dann haben wir den auspuff sound den sport diesel auspuff und super sport und alles getest heute mit dem mikro test also das mikrofon getestet hier du in dieser video beschreibung schreibe ich auch welches mikrofon das ist und amazon wenn auch die damen finde ebenfalls damit können wir auch dann die nächsten kommen treffen und treffen sowas veranstaltung filmen denn da gibt es ja auch tolle autos die zeichen ihre boom 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 ihr motor auspuff sound muskeln usk treffen oder oldtimer treffen oder tun treffen waren sie bum bum oder musik bum 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 da kann man das bessere mit mikrofon das bessere ton aufnehmen von der jtk das ist das könig ist nütz und dafür von heufelhofer hintergrund ja man kann hintergrund häuschen und das war nur so ein mikrotest auflösung also nichts wegen hier stets auch kennen und das kann man auch jetzt machen es soll ja auspuff sport auspuff ist ein edel tollen endpuff wenn man für tue ist es besser was haben wir besser und bei den tunen treffen in nürnberg bis wo ich da war hatte einer einen mercedes diesel gehabt und er hat dann komplett ja komplett ja den auspuff getunt wir machen ja mit der auspuff sound messung dann stand da fahren die ganzen autos oder alle fahrzeuge hier und können dann hier messen lassen und da war auch speziell für dieselfahrzeuge dabei weil wir haben auch dieselautos auch getunt also auspuff mäßig auch wenn wir jetzt sagen den diesel kann man nicht viel hören aber ich finde der original auspuff und der sport auspuff hören sich total anders an der sport auspuff hält sich besser an obwohl es nur der endpuff ist es ist immer andere geschmärkte und sowas und es ist eure frage welchen ich single bin naja man hat es jetzt durcheinander von sport heute aber ich bin single ganz einfach ich hab mal ich muss viel arbeiten fast keine zeit und dann war schon ein paar jahre single und dann ist es schwer erst mal heute sache eine freude zu finden ist auch schon schwer da so viele frauen so viele männer gibt es heute sache und wenig frauen und die frauen haben ja große auswahl da muss man schon herausstechen das besser hat man ja so willkommen und dann muss sie auch passen weil was hilft dass einer hast und du kannst auch nicht fortgehen also ich bin dann auch ohne youtube hätte ich so gerne irgendwo unterwegs sein wollen erleben da mal laufen da wandern andere gegend genießen also ich bin keiner der so gerne zu hause hockt nach der arbeit und der freizeit ich muss rausgehen zeit kind schon kennt mich halt mit freunden familie leuten cousins women als unterwegs gewesen man ist es so motto wie bei fünf freunden ich suche ja ja gut es ist einfach ein hobby und ja das hat viele sachen heute ist mir auch mit rechnung ist auch die frau ein betrügt haben sie gesagt heutzutage auch also es ist halt nicht so einfach mehr mit beziehungen weil die anderen sachen wenn du einen freund hast dann denk dran dann ist ein schönes leben bei warum denn da hast du immer so fortgehen wie jetzt bist dann bist du gebunden dann kannst du mit youtube auch vergessen da gibt es dann nach hause arbeit und hause arbeit hause heißt dann zaubern kochen putzen und dann wieder chillen und dann arbeit wie alle anderen auch sagen viele sowas wie ich mache das ist halt erstmal leute zu finden die sowas mit machen ist auch nicht einfach weil viele sagen ja wir gucken sowas gerne an aber selber naja keine lust die couch ist gemütlicher lieber gucke ich auf die couch gucke zu als wie ich dabei zu sein es ist anstrengend klar ist anstrengend sagt ja auch keiner aber draußen natur kann mir auch fast das fitte schon besparen natur pur gut ja es hat nicht einfach eine freundin zu finden es ist ja schwer und die hat noch mitmacht das ist klar also das einfache das ist also dann wissen warum man single ist heißt nur weil ich single bin denken vielleicht will ich immer schwul nein ist gar nicht heute ist ja das ist normal so viele schwul sind da muss man halt ich habe auch nichts anderes nichts dagegen an der schule sind oder lesbisch oder sonstwas oder transgender sind oder keine andere ich der frauen aber problem ist bei mir ich finde keine dann dass ich mache das wie er mal wieder sehen was ich mache es nicht jenseits dinge habe schon erfahrung gemacht habe schon schlechter von kampf schon eine kapp die hat nur zuhause bleiben weihnachtszeit weil sie mal weihnachtsmarkt geht gerne hat gemeckert weil wir vielleicht nur bei gepackt haben und dann so ungefähr zwei kilometer zur bucke gelaufen sind halt das muss das nicht gleich betreiben es reicht ja sowas ist so viel ja es ist nicht jenseits habe schon schlechter fahrung gemacht das ist einfach die wahrheit so die kirchenglocken aus dem acker kommen das ist die wahrheit man kann das leben ist kein polibum kein wunschhof wenn man freuen möchte sagt einer dann muss man auch das akzeptieren dass das leben gefunden ist dann gibt es nicht wir sondern nicht du sondern wir und dann sagt sich schon müsste ich das schon ziehen ist ein anderer mund die ersten paar tage ist es so dann ist es dann wird das ja schon begrenzt dann ist dann sagen sie schon wie es abgeht damit man zogen meistens gefälle gewesen und ich wünsche euch allen einen schönen tag schönen abend und noch eine schöne woche egal ob schule oder arbeit wenn ihr unterwegs sein wollt müsst ihr euch melden also weil ich jetzt keine freunde habe aber keine gefunden die sowas mitmacht das problem einfach du brauchst eines muss erstmal finden ist immer schwierig und dann einer die mitmacht weil sie eine sagt okay ich habe freunden aber die verbinden was zu machen und ich darf nicht mehr so was machen sondern nur noch zu Hause bleiben und arbeiten zu hause dann fällt mein decker auf den kopf beierst ja danke fürs zuschauer einschalten werden sie wieder ich gehe weiter ich sage ab jetzt nach wützburg und schilder jetzt aber schönes wetter aber da hinten dunkel ist ja schön ja und mein auto ist das was ich gerne mache und entschuldige wenn ich es auch gerne aber finden wir das geld erst zu versparen für den april der paischen waldurlaub das ist ein toller urlaub da werde ich alles schon voraus planen welchen tag welchen tag wo es gibt es bin da nicht alleine es sind noch niemand dabei aber jeder getrenntes zimmer und pension werde ich nehmen im bayerischen wald in nähe von aberberg großer aberberg denn da ist alles da da ist alles wenn man sogar kein auto hat kommt überall hin weil da ist eine diese wie heißt es so wie bei uns im wützburg ist die city train heißt diese so ding ist da als püppelbahn wenn wir unsere city train stattdinger rumführen macht so ist eine citybahn oder so eine püppelbahn heißt die und die fährt überall hin da ist die eine station bei wildberg ist im bischenwald die hauptstation bahnhof und da kann man ein ticket kaufen da kann man überall hinfahren zu jedem sehnsäge da kann man zum großen aberberg fahren zum großen aberbergsee kann man zum bodenmais fahren von zimmerberg und so weiter ein kleiner aber die fährt überall kann ich nur empfehlen das können wir dann später sehen in der zukunft just das over and out get over gut ne? ja gut, das war auch schwierig, bald erwirken noch der jetzt starten wir das auto und dann machen wir aus dann mal hier feuerabend und das ist das mikro wenn wir anschließend benutzen wir nochmal aus wenn wir hier genießen, wenn wir das auto zu auf zu macht oder ein schlüsseln heißt dort das sind ja auch so hier geräusche und dann ja so haben sie ja gestern ein grip gezeigt sogar noch ein Geräusch wie das ein Sitz hinten und vor fährt also das Motorgeräusch vom Sitz also, goodbye Ende der Aufnahme so leute so ihr lieben ähn hier bei was extras wollt ihr mal wissen was ich schreckliches geträumt habe heute Nacht mit aufgewacht bin mit einem Schrecken also wenn ihr das wissen wollt kommt jetzt nämlich die extra das muss ich jetzt mal erzählen also heute bin ich hier aufgewacht Schrecken Albtraum richtigen Albtraum das kann man nicht vorstellen ihr wisst doch die ganze Zeit hier gehts immer noch in einer Trafik nur in den Krieg hmmm Land und hmmm Land da bin ich dran wisst schon da hin und her und die NATO und so pah ja und da so träum ich im Scheiß da hast richtig Angst noch also das war so in meinem Traum wir waren da zu Hause mit Rumpels dann geht bei mir beim Rumpel sind die los bei mir sind die los diese Warn App da kam eine Nachricht und draußen wurde auch eine Nachricht gesagt draußen bei dem Mikrokanon hat es geheißen also es wurde drauf gestanden und reisen es kommt gerade in einer Turmbombe nach Würzburg und Umgebung ist ein Anflug in 20 Minuten ist sie da wir sollen uns bitte alle auf dem Boden legen und die Ohren zu halten das ist aber auch scheiße dann hat einer gesagt komm leg auf dem Boden hin mach die Ohren zu und dann haben wir gedacht so das hier doch nichts und dann halt Puff und dann dann steht man auf sagt man war das dann sagt jemand schaut aus wie bei ja wie sagt man was für ein Jungs gericht sagt einer du bist tot das war's dann hast du noch gesehen wie alles zerstört war und welche sogar gebrannt haben weil hier war alles kaputt so ein Altraum habe ich gehabt so ein Altraum vor Ort habe ich noch so ein Altraum gehabt das man aus dem Fenster geguckt hat aus dem Fenster und da ist hinten an der Pum bis gesehen aber ich denke das ist nicht nur mein Akt auch von anderen bestimmt die Zeit schon wie heftig ich wünschte es gäbe nie Krieg nur Frieden auf der Welt da müsste man nicht so Ängste haben ich wünsche dir auf der ganze Welt nur den Weltfrieden allen lustlos oben out und ich hoffe dass Platten und Altraum oben nie passieren weil ich während jeder Anzahl leben und sowas will man nicht haben das war mein Altraum heule Nacht und da habe ich auch gesagt auch kein Game Over dann machst du aus hm gut Ciao Ciao